Norddeutscher Rundfunk 2021 Ach du meine Fresse, heute ist wieder Mittwoch. Hallo, hallo, ihr Trim-Dicht-Ruden. Na ja, Tag Gisela, Tag Monika, Tag Petra, Tag Röschen, Tag Willi. Willi, du mit deinem Bier, boah. Na gut, Tag mein Schätzchen, na dann los. Achtung, Aufstellung, Pfennig in dem ... Und move, move, jawoll. Da gibt es wichtige Körperteile, die du trainieren musst. Denn wer sitzt schon gern auf'n Entenpo und zeigt die Hühnerbrust? Das macht dich schmiegsam und aerobiegsam. Du hast was eigenes, dein schlaffer Körper dankt es dir. Der Schoppen musst du fahren. Na ja, dann schafft euch mal. Das macht uns selbstbewusst und fördert meinen Frust. Der Schlammenschön, ihr müsstet euch mal sehen. Der Schlammenschön, ihr müsstet euch mal sehen. Zack, zack. Pass auf. Ja, toll, danke. Das war mein großer Kristallspiegel. Wer so schön ist wie ihr, braucht keinen Spiegel mehr. Übrigens, Brigittchen, du hast deinen Pfennig verloren. Versuch's mal mit'n 20-Mark-Schein. Nix? Man zahlt ganz schön für die Tortur, aber das soll uns nicht bedrücken. Aerobik treibt man eben nur mit sehr viel Mark im Rücken. Das macht dich schmiegsam und aerobiegsam. Du kriegst was eigenes, dein schlaffer Körper dankt es dir. Der Schoppen musst du da. Komm, Ero, bück dich mal. Das macht uns selbstbewusst. Und steigert eure Lust. Der Schleifert ist dumm. Ihr meint von unten rum? Ganz recht. Pussyfutter. Oh, oh, oh. Wir schaffen uns total. Jetzt rappelt's hier im Saal. Das macht uns selbstbewusst. Und ich hab' keine Lust. Hat mich das Ziel erreicht? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Jawoll. Pussyfutter. Oh nein. Oh. Na, das ist ja prima. Meine schöne Stereoanlage. Ach, Mädels. Oh, warte. Meine Damen. Auch Willi. Ich hab' ja nichts gegen Frauenbewegung. Nein. Aber an der richtigen Stelle müssen sie sein. Danke. Bitte. He. Danke. Danke.